Und damit herzlich willkommen beim WWE Match der besonderen Art. Heute ohne dass man mein Gesicht sieht. Heute spielen wir 8 Minuten pure Wrestling. Und Unterbrechung. Und da kommt der. Undertaker. Unglaublich. Der Mann ist schon über 60 Jahre alt. Und hier kommen seine Herausforderer. Hier ist zum Beispiel Big Show. Ich muss euch verraten, heute sind alle Teilnehmer über 2 Meter groß. Und hier kommt Undertakers Höllenbruder Kane. Und zum Schluss der längste von allen. Hier ist er. Von dem hat man, glaube ich, in letzter Zeit eher wenig gehört. Und hier ist der. Und die treten heute gegeneinander an. Auge um Auge und Zahn um Zahn. Riese gegen Riese. Und los geht's. Also das läuft schon mal gut für meinen Charakter. Undertaker hat schon mal Kane und Greg Kali zu Boden geworfen. Und auch Big Show. Jetzt, das mache ich richtig gut. Kane steht auf, aber ich bringe ihn wieder auf den Boden der Tatsache. Jetzt, das wird ein besonderes Match heute. Mir fällt gerade ein, das ist das erste Vierermatch. Alle anderen waren Zweiermatche. Ob es auch diesmal Blut geben wird? Na, wir werden's sehen. Und jetzt hilft Undertaker Kane, indem er den Big Show in den Bauch boxt. Eine raffinierte Taktik. So, jetzt Klee. Und. Oh, das tat weh. Das tat richtig weh. Und wie ein nasser Sack sitzt der Big Show beleidigt wie eine Leberwurst. So, aber auf eine Sache muss ich ganz besonders aufpassen, dass ich nicht schon wieder den Ringrichter erwische. Denn wenn man das zu häufig macht, kriegt man Ärger. Yep, auch bei der WWE gibt's die Regeln. Es sind nicht viele, aber es gibt welche. So, der Great Kali wird hier gerade platt gemacht. Da bringt auch seine Körpergröße hier nichts. Er wird trotzdem hier untergehen. Oh, oh, oh. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Aber wir sind nicht mal ansatzweise davon, bis wir ein Ende gefunden haben. Oh, oh. Und mein Charakter wird jetzt, oh, in die Mangel genommen. Aber er fängt sich wieder. Das ist definitiv kein Spiel für Kleinkinder. Und jetzt... Au, Backe. Das tat richtig weh. Und er geht wieder zu Boden. Und er macht den gleichen Move nochmal. Eins in die Rippen. Das tut weh. Ich muss sagen, ich bin zwar stabil gebaut und halte einiges an Schmerzen aus, aber selbst ich wäre für die WWE nicht gewachsen, weil... Guckt euch das an. Guckt euch das an. Es sind einfach so große Schmerzen, die ihr habt. So, es sind jetzt aber ein paar Minuten vergangen. Langsam müsste einer zu Boden gehen. So, ich probier's jetzt mal. So, und... Ah, verdammt. Es reicht noch nicht. Ja, da muss ich noch ein bisschen nachhelfen, bis der Erste ausscheidet. Aber wir nähern uns schon mehr den Ende als gerade. Vielleicht jetzt. Eins. Oh, verdammt. Wir haben es nicht mal bis zur Zwei geschafft. Ja, wir brauchen hier noch ein bisschen, bis sich was hier tut. Eins. Zwei. Ah, verdammt. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Da muss ich wohl noch ein bisschen nachhelfen, bis sich hier was rührt. Und ein weiterer Rippentritt. Jipp. Das sind Schmerzen. Au, aber jetzt wehrt sich Great Carly. Und Big Show. Oh, oh, oh. Jetzt kommt Sticker. So, dafür werde ich mich jetzt recht. Jetzt kriegst du einen Gefresser. Da kommen Great Carly. Hier kriegst du noch einen in die Fresse. Und einen in den Rücken. So, Great Carly. Spukst du immer noch so große Töne? Eins. Zwei. Verdammt. So, jetzt springe ich auf dich. Na, verdammt. Das hat nicht ganz die Wirkung erzielt, die ich haben wollte. Und wir sind immer noch davon entfernt, dass überhaupt einer ausschaltet. Oder vielleicht doch nicht. Eins. Zwei. Ah, verdammt. Die sind zäh, die Leute hier. Die sind sehr zäh. Vielleicht jetzt. Eins. Zwei. Und Great Carly ist schon mal raus. Jetzt nur noch Big Show und Kane fehlen. Und wieder Undertaker und Kane arbeiten zusammen. Und. Ah, es hat leider nicht gereicht. Schade, wäre zu schön gewesen. Und jetzt kassiert Big Show einige Schläge und Tritte. Vom Undertaker. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Aber ich habe mich dran gehalten. Ich habe den Ringrichter gar nicht angerührt. Ihr habt es gesehen. Der Ringrichter war verschont. Und Big Show ist immer noch nicht am Ende. Oh, verdammt. Da habe ich mich gerade selbst gelohnt. Und jetzt habe ich doch den Ringrichter verloren. Verdammt. Scheiße. Na komm. So, aber jetzt. Eins. Zwei. Verdammt, der wehrt sich immer noch. Der Halunke. Oh, verdammt. Jetzt kommt es aber Dicke. Na, ich nehme, glaube ich, ein bisschen mehr Abstand. Also mich wundert es, dass hier noch keiner blutet. Oh, und doch, jetzt blutet doch jemand. Eins. Zwei. Verdammt. Eins. Zwei. Drei. Jetzt fehlt nur noch Cain. Jetzt fehlt nur noch Cain. So, jetzt springe ich nochmal auf ihn drauf. Oh, 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 oh. Jetzt mit Anlauf. Oh, man, the rope's right in there. Ein letztes Mal drauf stricken. Und das musste reichen. Das musste reichen. Jetzt hat er verloren. Jetzt hat er verloren. Eins. Zwei. Verdammt. Gibt's doch nicht. jetzt aber 1 2 verdammt das gibt es doch nicht